Wir sind eine Gruppe von Menschen aus Mannheim und Umgebung. Wir gehören verschiedenen Generationen an. Wir kommen von hier und von ganz weit weg. Das macht uns aus, ist aber nicht wichtig. Wir sind BotschafterInnen, RepräsentantInnen und unabhängige KünstlerInnen dieser Stadt. Im Kern ganz fest, für Neuzugänge immer offen. Wir sind meistens nicht für Theaterberufe ausgebildet. Wir spielen keine Theaterräume. Wir sind Profis des Lebens, Suchende, Lernende und Weise. Wir bringen unsere vielfältigen Lebenserfahrungen und unsere Inszenierungen mit ein. Wir wollen Neues entdecken. Immer und immer wieder. Wir sprechen mehrere Muttersprachen und wollen diese auch im Theater benutzen. Wir spielen, um zu bewegen, zu berühren und Aufmerksamkeit zu erregen. Unsere Kunst ist politisch. Wir verstehen uns als Verbindungsklied zwischen Stadt und Theater mit eigenem Fokus und weitem Herzen. Wir begegnen ZuschauerInnen auf Augenhöhe und wollen auch Menschen außerhalb der Theaterblase erreichen. Wirklich. 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 Für uns sind Toleranz, Wertschätzung und Verständnis Fundament unserer Gemeinschaft. Wir entscheiden gemeinsam, auch über Geld. Wir sind eine gut organisierte Gruppe, in der alle Verantwortung übernehmen. Das schmeckt nicht immer. Wir machen es trotzdem. Deshalb nehmen wir uns die Freiheit, scheitern zu dürfen. Wir arbeiten mit den Mitteln und Formen des experimentellen Theaters. Und das Nationaltheater mögen wir. Dennoch gehen wir manchmal andere Wege. Wir sind das Mannheimer Stadtensemble und wir haben noch viel vor.